In besseren Kreisen ist eine gemeinsame Serie der international bekannten Grazer Künstler Jörg Schlick und Günter Prus, welche die beiden 2005 geschaffen haben. Sechs Blätter der 28-teiligen Serie werden im Rahmen dieser Ausstellung gezeigt. Ein Werk ist eine Leihgabe aus der Sammlung der Stadt Graz, die anderen stammen aus einer privaten Sammlung. Jörg Schlick arbeitete seit 2002 an der Serie Projektion und Schizophrenie, für die er mit Dusche sich überschneidende Spiralen und Kreise auf Bristol-Karton malte. Die monochromen Werke sind auf Schallplattenhüllen gemalt und die Spiralen bewegen sich bei allen Werken der Serie in einem Kreis, der den Umfang einer Schallplatte hat. Zu der Zeit war Schlick bereits krank und verarbeitete seine Schmerzen mit dieser meditativen Malweise, die einem Buch zu früheren Werken und Serien darstellte. 2003 besichtigte das Ehepaar Anna und Günter Prus eine Ausstellung von Jörg Schlick in der Galerie Christian Nagel in Berlin, wo sie auf die Serie aufmerksam wurden. Zwar kannten sie die früheren Werke von Schlick, diese neue Serie beeindruckte sie aber stark. Auf einem Brief von Prus und Schlick folgte ein gemeinsames Treffen in Graz und in Folge entstanden gemeinsame Arbeiten und Werkzyklern. Etwa die Serie Spiralnebulose Gedanken oder das Werk Exosphären-Kolorit. So wurde auch 2005 die Serie in besseren Kreisen geschaffen. Günter Prus nahm Arbeiten von Schlick, die nach einem ähnlichen Prinzip wie Projektion und Schizophrenie mit Spiralen in einem Kreis gefertigt wurden und ergänzten sie mit Ölkreide und Farbstift. Teils durch Sätze und Phrasen, die Weltbilder hinterfragten, teils durch figurative bis abstrakte Zeichnungen und Übermalungen. Im selben Jahr wurde die Serie in der Galerie Bleich Rossi in Graz öffentlich gezeigt. Ein paar Monate nach dieser Ausstellung verstarb Jörg Schlick. Jörg Schlick 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 Jörg Schlick